Dass es so etwas gegeben hat, hat mich jetzt nicht wahnsinnig erstaunt, weil ich weiß, dass die Menschen sind nicht nur gut, sondern auch böse. Und sobald sie Macht haben, tendieren sie auch dazu, diese Macht zu missbrauchen. Nein! Halt still! Nein! Du sollst stillhalten! Dieser Film ist eine Anklage gegen die schwarze Pädagogik, die in allen Institutionen, auch in den katholischen, also in den kirchlich geprägten und evangelischen, damals Praxis war. Paul und Luisa, ehemalige Heimkinder, nach 40 Jahren sehen sie sich wieder. Guten Abend. Guten Abend. Luisa ist aus den USA angereist. Sie wird vor dem runden Tisch Aussagen über Demütigungen und Misshandlungen im Heim. Sie will nicht länger schweigen. Paul fehlt dazu die Kraft. Noch. Sogar jetzt habe ich Angst, dass sie mich schlagen. Verstehen Sie, was ich sage? Ich bin 60 Jahre und habe Angst, dass sie mich schlagen. Das war Unrecht, was die Kirche getan hat. Das war großes Unrecht. Die Anklage gilt allen Verantwortlichen, die sich niemals rechtfertigen mussten. Und sie ist deshalb notwendig, weil die Menschen, die vergessenen Heimkinder von damals unter uns sind, in unserer Gesellschaft. Und weil sie ihre Geschichte so lange nicht haben erzählen können und ihnen niemand zugehört hat. Eine von Hunderttausenden. Heimkinder waren rechtlos den Nonnen, Diakonissen, Heimleitungen gnadenlos ausgeliefert. Demütigungen und Prügel fast jeden Tag. Ein Erzieher führt Buch. Schlechtes Benehmen in der Gruppe. Schläge. Verabredung mit Mädchen. Ein Tag. Besinnungszimmer. Kinderarbeit. Selbst die ganz Kleinen blieben nicht verschont, mussten die Betriebskosten erwirtschaften. So sparten Kirchen und Staat Milliarden. Manche Heime verliehen die Jugendlichen an Bauern und Industriebetriebe. Die zahlten gut. In die Kassen der Heime. Für die Jugendlichen selbst blieben nur Pfennigbeträge. Zwangsarbeit statt Schule und Berufsausbildung ein Verbrechen, sagt Dietmar Krone, ehemaliges Heimkind, wie so viele heute auf Grundsicherung angewiesen. Damit werden sie nicht mehr fertig. Man ist noch viel zu jung, um das überhaupt zu begreifen und zu verarbeiten. Und das hinterlässt dermaßen, dermaßen tiefe Wunden und psychische Schäden. Da kommen sie nicht mehr klar mit. Und dann stand ich hier, als ich endlich da raus war, 73, stand ich hier in Berlin. So, was mache ich jetzt? Keine Zeugnisse. Die haben mir ja von Grund an alles versaut. Mein ganzes Leben versaut. Die Krone ist schwerbehindert. Im Heim wurde ihm das Schultergelenk mehrfach gebrochen. Albtraum, Erziehungsheim. Schläge im Namen des Herrn, das Buch des Journalisten Peter Wenzirski. Anstoß für den Spielfilm. Hunderte von Zeugen meldeten sich. Ein westdeutsches Tabu bricht die Opferberichten von Misshandlungen, Zwangsarbeit, Sadismus. Ich war wirklich auch empört, dass das vergessen werden konnte. Ich habe es dann verstanden, warum 30 Jahre lang und länger nicht darüber in den Medien berichtet worden ist. Die Opfer haben geschwiegen aus Scham. Und das Schweigen der Opfer kam den Tätern, den Verantwortlichen für diese schwarze Pädagogik, in diesen Erziehungsheimen natürlich zurecht. Und so ist dieses dunkle Kapitel einfach jahrzehntelang verschwiegen worden. 2009. Der Bundestag hat einen runden Tisch eingerichtet. Die Vertreter der Institutionen von Kirche und Staat im Gespräch mit den Opfern. Drei ehemalige Heimkinder dürfen mit am Tisch sitzen. Kirchen und Verbände entschuldigen sich. Aber war es ein Unrechtssystem? Gab es Zwangsarbeit? Der Kern dieses Unrechts, die Zwangsarbeit der Jugendlichen und die verbotene Kinderarbeit der Kinder bis zum 14. Nebensjahr und die damit verbundene Vorenthaltung jeglicher Bildungschancen, wurde nicht anerkannt, ausdrücklich nicht anerkannt. Und das war die Hauptforderung der ehemaligen Heimkinder. Und wenn diese Hauptforderung anerkannt worden wäre, dann hätte auch eine ganz andere Entschädigung erfolgen müssen. Etwa eine monatliche Opferrente, weil es sich um systematisches Unrecht und keine Einzelfälle handelte. Dafür demonstrierten sie. Der runde Tisch saß anders. Und es kann und darf nicht sein, dass wir hier von einer Pauschalverurteilung reden. Das will hier auch niemand. Sie haben Ihnen alle Rechte genommen und Ihr Leben beschädigt. In Ihren Heimen. Dann sparen Sie uns doch bitte das Gerede von Einzelfällen. Es bleibt dabei kein Unrechtssystem und deshalb auch keine pauschale Opferrente. Stattdessen bescheidene, individuelle Entschädigungen aus einem 120-Millionen-Euro-Fonds. Was hat denn der runde Tisch im Grunde genommen gebracht? Wer ist denn damit zufrieden? Meinen Sie, mit den paar tausend Euro, die die ehemaligen Heimkinder für jahrelang im Kinderknast bekommen haben, damit sind die glücklich? Was sollen sie denn heute damit? Da kauft sich einer einen großen Fernseher und macht eine Reise, dann ist das Geld weg. Und dafür haben sie fünf, sechs, sieben oder zehn Jahre lang im Kinderknast gesessen, haben dafür gearbeitet. Ein Unrechtssystem im neuen, freiheitlich-demokratischen Westdeutschland. Der Rechtsstaat versagt. Die Profiteure des Unrechts wurden nie zur Verantwortung gezogen. Was mich am meisten darüber ärgert, dass die Firmen, für die wir arbeiten mussten, sich schön da rausgehalten haben. Die mussten ja so gut wie gar nichts in den Topf einzahlen. Letztendlich bleibt es am Steuerzahler hängen. Der Rundetisch, Jahrzehnte später, begnügt sich mit einer Billiglösung, gesteht keine jüngste deutsche Schuld ein. Einsicht in die eigene Schuld, da liegt das Versagen. Und damit ist, das will ich nochmal deutlich sagen, auch wieder neue Schuld entstanden. désert J ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.